Hey, du Cutie. Schön, dass du es geschafft hast. Ich hoffe, dir geht es gut. Schön. Okay. Ich habe schon meine Sachen alle bereitgelegt. Wir wollen ja heute so ein bisschen dein Gesicht. Und so eine kleine Gesichtsreinigung machen. Ich habe mein ganzen Stuff schon geholt. Gibt es irgendwie Hautunverträglichkeiten, von denen ich wissen sollte? Okay. Super. Ich würde sagen, dann fangen wir auch gleich an. Ich schau mal ganz kurz dein Gesicht an. So, das siehst du aus. Das ist ein wunderschönes Gesicht und wundervoll, aber klein. So, ich habe hier einmal Gesichtswasser. Und mit dem werde ich jetzt einmal erstmal gleich dein Gesicht so ein bisschen klieren, kann man das so sagen. So, ja, einmal ganz die Fettschicht drunter nehmen. Das ist halt so ein Reinigungsmittel. Mega gut. Ich schwöre darauf und liebe es. Das ist wirklich der Fasselbunders. Das ist wirklich der Fasselbunders. Ja, so, kleinen Moment. Ich mache das mal eben auf so ein Bett. Hier habe ich einmal mein Bett. Das mache ich mal kurz die Flüssigkeit drauf. So, perfekt. Gut. So, süßi. Du musst jetzt einmal gleich ganz kurz deine Äuglein schließen. Ich gehe mal eben kurz mit dem Bett über dein Gesicht. Nimm da die Fettschicht runter. Das ist so ein Reinigungswasser. Das ist mega gut. Ich kann nur sagen, Profi. So, Achtung, ist etwas kühl. Nicht erschrecken. So, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. So, kommen wir zum nächsten Tipps, 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 Tipps. Ich glaube, ich werde Öl drauf machen. Ich habe hier einmal ein ganz besonderes Öl. Ja, mit dem werde ich dir jetzt gleich ein paar Trüppchen ins Gesicht machen. So. 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 Ich habe es nicht mehr aufgelenommen. Aber wir können auch hier sein. Ich kann es nicht mehr aufgelenken. Ich kann es nicht mehr aufgelenken. Ich kann es nicht mehr aufgelenken. Das Öl werde ich jetzt mit meinem... Aber das wird auch mit meinem Klubz. Los geht's. Zupi. Zupi, 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 Zupi. Jetzt hab ich noch so eine Creme, die würde ich mit dem Pinsel ganz sofft, 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 sofft. Sofft, 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 sofft. Bei dir auftragen. Da hab ich dir mal. Kennst du die Marke, na? Sehr bekannt. Soooo Okay, mit dem Pencil für So, und jetzt brush ich Mit dem Pencil immer durch die Gesicht, okay, ich erschrecken kann ein bisschen Kille Okay, mit dem Pencil Okay, mit dem Pencil Und zu guter Letzt würde ich so eine Lippenpflege bei dir auftragen Das sieht aus wie ein Lipsticker, weiß ich nicht, das ist Lippenpflege Und die würde ich nochmal bei dir auftragen, mach mal so Okay, perfect okay Ja. Schön, großzügig. Vitegnä itse. Super, Mama. Aber ich würde sagen, das ist auch gut so. Was meinst du? Ist okay? Geben sie mal meine Bewertung 1 bis 5. Okay, du Süßi. Ich kann dir auch gerne einmal die Haare machen, die Tage. Aber jetzt schaue ich das heute nicht. Ich habe noch viel Formas zu meinem Hirn bei meinem Hund. Aber ja, das zeigt mir Bescheid. Und dann kann ich dir mal deine Haare machen, wenn das okay ist. Ja. Bis dann. Wir sehen uns dann.